Herzlich Willkommen zu fast möglich hier auf meinem Kanal, Felix Gamer. Mega lost, können wir dich vielleicht losti nennen? Ja, hi, was geht ab? Ich will dich jetzt losti nennen. Ja, was geht losti nennen, kein Problem. Man hört losti nur ganz leise. Bäm. Okay, wo springen wir ab? Oh, es ist Arena. Wir haben Arena an. Nein, das ist nicht so ein Pack. Ich habe gesehen, ob ich gerade minus 10 gekriegt. Arena Punkte. Das wird nur angezeigt, aber es ist nicht so. Ich mache hier. Wir sind hier unten. Was machst du da oben? Hier erst mal direkt der erste losti Gegner. Zu wem soll ich denn? Wo gibt's die meisten Waffen? Zu wem soll ich denn? Wo gibt's die meisten Waffen? Komm zu mir. Ey, ich hab's von Team mitgetötet. Warte mal, wenn ich den jetzt töte, kriegst du dann Plus Arena Punkt den nennen. Los, warum landest du bei meinem Haus? Ja, der ist, der, der braucht Hilfe von uns, sagt er da. Du hast ihn nicht gehört. Wer schießt denn das schon? Wir. Und die Gegner. Wer sind schon Gegner oder was? Ja, na klar. Easy. Gekillt. Komm zu mir, losti. Wir alle sind hier, glaube ich, zu. Und jetzt geht's so losti hinter mir. Losti, bau was ab, dass du mitbekommst. Bau was ab, damit du bauen kannst. Ich weiß nicht, ob losti bauen kann. Nee, das kann ich nicht. Er hat auch, glaube ich, in dem Video noch nicht gebaut, wo er ein Video, wo ich ein Video finde. Er hat mit dem Kampf auch ins Fernkampf geschossen. Gleich geht er mit dem in den Fernkampf. Wie viel hab ich gesehen? Bum, bum, bum. Ja, von mir hier. Natürlich. Er hat auch mit dem Fernkampf geschossen. Stopp! Ich klau sein Handy. Ich klau sein Handy. Hab sein Handy geklaut. Ich klau sein Nintendo Switch. Du kannst dir in deinem Handy nichts mehr klauen, losti. Komm, ich schmeiße vom Dach runter. Ja, hier, warte. Da liegt einer. Fais, ich schmeiße vom Dach runter. Hier liegt einer. Hier sind noch Leute. Komm mal, losti. Hier sind noch Leute. Wir klären die. Leute. Leute von heute. Losti grün ist besser als grau. Übrigens. Was? Grün ist besser als grau. Gold ist das, mythisch ist das Beste. Wir haben nur 20 Schuss, gell? So kommt ihr nicht zu mir. Alles klar. Ich hab nur Sturmgewehre. Losti, gell? Ja. Ja. Ähm, Leute. In, falls ihr euch seht, die so lustig gerade Toren hat. Und in dem Video hatte der ja Skytyper. Weil sein Lieblingsskin ist einfach nur Tor. Und deswegen hat er den halt genommen. Ah, ja, der. Losti, ich bin hinter dir. Ja, ihr habt's gesehen. Ich hab schon gedacht, dass er entgegen hat. Ich wollte dich schon abknallen. Er ist die Plätze, du kannst den. Felix, ich glaub, der hat auf den anderen halt. Losti, weißt du, wie du sehen kannst, damit wir das sind? Ja, dann eure Namen spielen das drüber. Ja. Immer was abbauen, Losti. Damit du bauen kannst. Hier, wo wirst du Digi baut das Thema? Ähm, wie heißt das Ding? Äh, Mini? Minis heißen das. Das heißt Minis. Ähm, Losti, du musst allen trinken. Du musst die trinken. Trink die. Wie bestätige ich das? Ähm, du musst die aufheben. Zuerst? Ich hab ne Lila drauf. Kriege ich das? Ähm, nee, heb das mal auf und dann musst du das trinken. Wie war ich das? Ähm, wie du's isst? X. Nee. Wenn du siehst. Wie siehst du dann? Drück mal das, wo du siehst. Drück mal, wo du siehst. Warte, warte, warte. Ja, da. Mistig. Gut. Er hat viel nichts geangelt. Äh? Er hat nicht geangelt. Ähm, Losti, willst du mich haben? Losti, willst du mich haben? Ja, es den. Ey, wollen wir Boot fahren? Losti, guck mal, willst du denn? Da machst du alles richtig. Losti, warte, du wirst noch kein, äh, Fortnite-Bootführer sein. Ach so, wo muss man denn machen? Doch. Es gibt's kein, hier neben, ich bin ich. Max, kann ich fahren? Kann ich fahren? Kann ich fahren, Max? Oh, bei Max wird mir schwindelig. Lieber ich, ich fahr besser. Nein, ich hab' einen Fortnite-Bootführerschein. Ja, ich auch. Max, ich mag den fahren. Ey, Losti, komm. Ja, komm, dann lass den Felix. Hallo, wartet doch mal auf mich. Da vorne ist jemand. Ey, Max. Komm. Ich hab' ihn low gemacht. Hab' ihn, hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn. Nehmt mich doch mit. Wie los seid ihr? Wie los seid ihr? Wieso nehmt ihr mich nicht mit? Nehmt mich doch mal mit. Und flennig. Ich komm' doch. Ey, Englisch, ich brauch die Muni. Jetzt. Ich brauch die Muni. Da hinten sind Gegner. Steig ein. Ja, fahr' jetzt mit rein. Hol' den mit. Stopp, Verhören. Ich glaube, jetzt haben wir den Tendos weg. Ey. Mega los. Wie komm' ich da runter? Mega los. Wie komm' ich da wieder runter? Wie komm' ich von dem Boot runter? Ähm, das geht, glaube ich, bei dir. Das geht. Das geht nicht bei dir. X musst du drücken. X halten. Also X gedrückt lassen. Du musst X gedrückt lassen. Wenn ich den Fisch hier getrückt hab. Krabbel! Schwimm! Ich kann dich nicht tragen. Du musst krabbeln. Ja. Komm, schnell. Ich trag' dich. Rettet mich. Max, ich hab' nen Biggie für dich. Hier, nimm den Biggie. Hast du auch nen Medikid für mich? Nein. Ich hab' nur noch Bambys. Danke, Freunde. Nimm das. Nimm das. Wie das so wie bei den Minis? Nein. Du musst das machen, aber wieder bei den Minis. Wie bei den Minis? Mega lost. Du musst das Medikid nehmen. Ah, oder die Bandaschen. Smedikid? Äh, wie hast du das Medikid genommen? Nö. So. Ehrenlos. Äh, äh, du musst das, äh, 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 äh. Du musst das an deine Hand machen. Ich hätte dir doch von Fisch getrunken. Den, äh, äh, den hab ich in Boot getroppt, damit, äh, lost die den. Haben kann. Wo seid ihr? Ja, wir müssen in die Zone, die, äh, die Zone kommt. Wo seid ihr denn? Die Zone kommt. Lost die kommt. Nee, die Zone kommt. Dann kriegst du Leben weg. Max, die Zone kommt. Äh, na rund. Äh, lost die. Lost die, lost die, lost die, lost die, lost die. Lost die kommt zu mir, kommt zu mir. Lost die? Was ist da? Nimm die. Lost die, komm zu mir, komm zu mir. Lost die, komm zu mir. Ich hab ein Boot. Nimm die Zeilrutsche, lost die. Nein, lost die, ich hab ein Boot. Stack ein. Stack ein, lost die, hier. Ich hab ein Boot, ich hab ein Boot. Guck mal, wie gut mein Boot aussieht. Stack ein. Stack ein. Steck ein. Einsteigen. Bist du drin? Oh ja. Guck mal, wie gut, wie, guck mal, wie schön mein Boot aussieht. Guck mal. Aus Magma. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Warte. Willi, wenn du mich nicht mitnimmst, esse ich die Fische. Ja, okay, mach halt. Ich bin eh jetzt in der Banana Gang. Also, von dem her. Ah, ja. Das heißt, erst du bist in der Fischgang, dann in der Skulltrooper Gang, dann bist du irgendwann in der Banana Gang. Dann bist du wahrscheinlich irgendwann in der Hamburger Gang, was das, glaube ich, gar nicht gibt. Doch, gibt's. Max? Ja, aber. Warte, stopp, ich hab ne Idee. Ich mach das Boot kaputt, damit du rauskommst, lost die. Nein, mach das Boot kaputt. Wenn das kaputt geht, dann bleib mal stehen. Max, schlag ihn, schlag das Boot. Nein, nein, nein. Doch, damit die lost die rauskommt, lost die, ich hab dich befreit. Danke. Lost die kann auch an so einen Berghof fahren, dann steigt da auch gemacht. Wieso kann man denn dann raussteigen? Komm, ich hab im Pool. Lost die, das ist die Zone. Ja, irgendwie kannst du nicht raussteigen, aber wir so. Ich dachte grad, das Boot werden ein Gegner. Der muss noch ein Gegner da hinten irgendwo. Wenn man kein Bootführerschein hat. Äh, äh, man. Lost die muss aber aufpassen. Es gibt's kein Bootführer sein. Ich hab dich die ganze Zeit ausgetrickst. Was hast du gemacht? Es gibt's kein Bootführer sein. Ich hab dich nur ausgetrickst. Max, natürlich lässt du mir den Kill. Hä? Ich hab ihn zuerst. Ich hab ihn als ersten Hübde gegeben. Ey, da sind die, die schwachsten Dinge in der Luft. Lass mich aber auch. Die greifen dich nur noch an, wenn du die angreifst. Ich hab sechs Kill. Wow, ich hab fünf. Ich hab fünf. Und Megaloss hat null. Von was? Ich brauch Muni. Ich geb dir meine Hälfte. Komm. Hier. Wo? Das ist meine Hälfte. Wir sind überall Gegner. Guck mal, wieviel sonst du jetzt hast. Wir greifen von hinten einer an, ja. Was von hinten? Von hinten. Hinter uns ist ein Kill. Wir holen jetzt wieder einen Sieg. Ja. Hab einen. So. Hab einen. Ich baue 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 einen. Der kommt aus China. Alles klar. Wo? Du hast die. Versteck dich einfach nur an. Wir will den. Versteck dich. Wir killen die. Da ist ne wilde Banane. Hab die wilde Banane. Nein, ich hab zwei Kild, ich hab einmal. Ich hab neun Kild. Oh mein Gott. Los, wir holen jetzt einen epischen Sieg für dich. Ich hab Rainbow Wolverine. Felix. Da ist ein Luchschuh ab. Öffn den mal, Max. Oh mein Gott. Soll ich sagen, was rauskommt? Ich rate, es ist eine lila Nesda. Ich rate es. Im Club gibt es keine goldene Pistole und keine lila Nesda. Ich rate, dass ich irgendeine Pistole rauskomme. Ich rate, dass es irgendeine Pump. Pump. Ich hab schon ne lila Nesda. Ich hab jetzt grad ne lila Nesda. Die Hitzzone ist tot. Los, die kommen. Die Zone. Es leben noch, ähm, äh, sechs Gegner. Sechs Gegner noch lustig. Also es kann ein Team sein und zwei. Und ein Team. Ein Team besteht aus. Es müssen zwei Teams noch leben. Und dann vielleicht sogar ein Teil, wenn zwei Solos sind. Da ist noch ein Loot Drop. Weiß ich. Und da ist der noch geht. Ey, das ist ein Bock. Den hat ich schon gekillt. Wow. Wie viel Schaden hat die mir direkt gegeben? Ja, die hat mir einen Treffer gegeben. Max, wie viele Kills hast du jetzt? Wieder los. Max, wie viele Kills hast du jetzt? Max, wie findest du mein Skin jetzt? Max, wie viele Skins hast du? Äh, Skills. Neun. Ich hab acht. Los, die gucken mal meinen Skin an. Ist der geil oder geil? Zeig. Ja, geil. Guck mal, guck mal meinen Rucksack an. Da kommen Geister raus. Und guck mal meine Waffe an. Guck mal meine Waffe an. Oh, goldene Auge. Da ist keiner drin. Ich geh ins Lüft, okay. Los, das sind die letzten Gegner. Hey, wo sind die Gegner? Da hinten wurde, glaube ich, gebaut, oder? Los, die gucken mal. Hab ich gut gebaut? Pff. Ich hab' noch so oft drin. Komm, Los, die. Komm, hier runter. Ja, wo sind die? Komm, hier rauf. Es fängt runter auf der Seilbahn. Komm, Los, die. Du musst hier auf die Seilbahn drauf. Dann bekommst du keinen Fallschaden, wenn du abspringst. Wie kann ich da hoch? Du musst einfach nur drücken. Ey, Gegner! Oh, Max, kann ich den? Ich bin Lustig. Ist Lustig gleich tot? Nee, hab ihn. Oh, fang rein. Ich hol's dann den Nintendo raus. Und ab ist es los. Ich spiel einfach auf Nintendo Fortnite und guck ihn dann auf die Karte. Ey, ist das, glaube ich, der Letzte, oder so? Nicht der Letzte. Nein, das... Oh, komm, mach einfach nur drauf. Mach das einfach. Der Letzte, oder? Das ist, glaube ich, noch. Ey, alle schießen auf die Karte. Habt den einen. Das sind noch die zwei, die zwei. Ist noch ein Klo. Habt den anderen auch. Nur noch der da. Ey, nur noch ein Gegner. Kann ich den? Lustig, nur noch ein Gegner. Wir nehmen die Pumpgun besser mit. Oh, fehl. Verteilige. Ja. Ich esse lieber den Fisch. Dann geht's schneller. Ey, das ist noch geil. Ey, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ich der Letzte. Lufthi. Lufthi. 200 Euro. Die Fischert. Ja. Ich hab ne 3er Winstreet geholt. Ne 3er Winstreet. Alter. Lufthi, hast du meine 90s gesehen? Wie viele Kills hatte ich? Ich hatte 14 Kills. Oh mein Gott. Max hatte 14 Kills. Ich hatte... 18 Kopfschütteln. Ich hatte 10 Kills. Oder 8. Okay, das ist was mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren. Hab ich auch jemanden gebrochen? Und Leute, euer Felix Gamer. Und zwar... Leute. 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 Nochajo. Ja. Ich hab jemanden gebrochen. н